So, willkommen zurück hier auf YouTube. Das ist dann jetzt Part 2 von meinem 24-Stunden-Stream zu Final Fantasy VII Rebirth. Und ich mache jetzt nochmal eine kleine Pause. Fängt natürlich jetzt ein bisschen komisch an, die Folge, aber ist halt so. Pause. Und nach der Pause geht es weiter hier auf Twitch und auf YouTube. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. 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 wie groß das Spiel eigentlich so wirklich ist. Stuhl laufen? Ja. Gut, hier geht's weiter? Ja, let's go. Aber es gibt auch mal eine gute Stelle zum Trainieren. Ich bin da. Tschüss, wir können ja gar nicht tun, was wir jetzt gerne machen. Ja. Ich zähle auf dich. Ja. Ich darf's weitergehen. Ja, wir darf. Die Fallstube 6 ist alles in so gestiegen. Da ist ein Hitter. Ha, soll sich doch in die Welt verkünden. Was ist denn das für eine Linie gewesen? Wer hätte es gedacht. Könnte durch eine Mission irgendwann mal aufgehen, ne? Nebenmission. Oh, da hinten ist Midgar. Ha. Was haben wir denn da hinten? Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel wirklich so eine krasse, offene Welt hat. Also ich dachte schon, es wäre offen, aber trotzdem noch mehr oder weniger eingeschränkt. Aber im Moment sieht es danach aus, als könnte sie wirklich sehr groß werden. Ja. Da können wir hochklettern. Können wir eigentlich richtig schwimmen? Ne, wa? Boah. Wir können richtig schwimmen. Nice. Wahrscheinlich nicht. Ich habe die Wand links gerade gesehen, dass man da hoch kann, aber... Ich will mal hier lang gucken. Super Ressourcen. Das hier ist doch gleich die Schokoboo-Farm, oder? Warte mal, was war noch einmal? Äh, gibt es eine Legende? Thorins Kartenladen. Aha. Warte mal, das war doch Neben-Story, genau. Und das scheint Haupt-Story zu sein. Wobei die immer noch hierhin zeigt. Entferne dich von keinem, um nicht entdeckt zu werden. Okay, dann gehen wir doch erst mal zur Neben-Story. Könnt ihr uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an, oder um sich zu verteidigen. Ungeuer hingegen attackieren ihr gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei. Meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von Weitem. Die hier greifen nicht an. Was ist das für eine Wegmarkierung, die hier kommt? Oh, was haben wir hier? Kommst du als Besuch und schlägst erstmal alles kurz und klein. Was ist das? Ah, hierfür. Ah. Das ist ja nett. Der keine MP verbraucht. Oh, zeitintensiv das alles hier zu leveln, ne? Eisimpuls. Ob man alles lösen kann, oder ob man eingeschränkt ist. Drei ATP-Einheiten. Dauert immer so lange, wie das voll ist. Drei ATP-Einheiten. Aber man muss ja alles lernen können. Weil sonst, äh, man ja gar nicht mit anderen Bäumen kommt. Es gibt auf jeden Fall was Neues. Einen Verkaufsautomaten kannst du dich mit Gegenständen. Ja, wie im ersten Teil. Besser nichts Neues. Aber es gibt auch wieder, äh, Angebote. Ermöglicht es, beschädigte Rastpunkte zu benutzen. Hm. Besitze ich davon schon was? Gibt zwei Plätze. Oh, TP-Boost wäre interessant. Hab zu wenig Geld, bin pleite. Scheiße. Ah, da so ein Kissen kostet auch. Da nehme ich doch eins mit. 300 für eine Phönix-Feder. Ja, wenn 90 ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, verkaufen habe ich ja nichts Wertvolles. Na gut. Würde ich tiefer geben. Genau. Das ist ein Chakra. Da habe ich schon genug Plätze, gell? Das ist Waffenfertigkeit. Das ist das hier bei ihm. Oh, ach, du musst es jetzt extra auswählen. Ja. Dann das. Das magische. Die, also da GFs. Die haben sich hier schon echt einiges einfallen lassen, damit das Spiel nicht so ist wie Teil 1. ist. Das ist schon interessant. Okay. Hier war ich auch noch nicht drauf. Auch da wo Lupe ist, habe ich analysiert. Ob es Dings wieder gibt, hier den Jungen, wo man gegen die Bestin gekämpft hat. Ah, wie hieß denn der? Ich habe den Namen vergessen. Ihr wisst, wen ich meine. Okay. Dann gehen wir mal mit dem Bekannten. Ja, Bekannten. Hier ist er doch. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shindra scheint auf der Suche nach euch jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shindra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Abgeschlossen. Ne, war ja schwer. Oh, Alter. Soll ich das jetzt alles ablatschen hier, oder was? Wobei, man kriegt ja irgendwann auch Schoko-Boost, da wird es glaube ich schneller gehen. Trotzdem würde mich dieser Punkt hier mal interessieren. Erstmal lauf mal hier hoch. So, in der Synthese wollte ich noch mal gucken. Wir können jetzt Heidrank herstellen? Warum grabe ich hier eigentlich? Gegen Gift. Aha, Echo Schirm. Aber die Level gestiegen sind deswegen. Ah. Oh, das in Synthese könnte mir echt... Man kann auch Ausrüstung herstellen. Geil. Oh, hier werde ich viel Zeit verbringen in dem Spiel. Wusstet ihr eigentlich, dass beim ersten Teil damals... Ich hätte noch 3 Stunden oder 4 Stunden noch streamen sollen. Oder hätte müssen, dann wäre das Spiel durch gewesen. Nach den 24 Stunden. Krass, wa? Da oben ist noch ein Haus. Hi Jungs, gibt es hier irgendwas? Nein. Da oben ist noch was. Allein mit der Erkundung hier kann man ja schon übelstige Zeit verbringen. Oh, da sind die Generatoren hier unten. Muss man ja bestimmt ausschätzen. Windmühlen drauf. Auf jeden Fall gibt es Ressourcen, aber scheinbar keine Kisten. Das könnte eventuell irgendwann mal eine Nebenmission sein. Das würde ich vermuten. Das muss Wasser langlaufen. Das würde ich da runterspringen. Ja gut, da gehen wir jetzt mal Richtung StoryWare. Ich denke, man wird irgendwann an der Punkt kommen, wo man sehr viel mit der Oben-Württner machen kann. Aber im Moment sind wir ja noch ein bisschen eingeschränkt. Gerade was die Fortbewegung angeht. Ich frage mich eigentlich, ob die Ressourcen hier respawnen oder die einmalig sind. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier hin, oder? Ach, die Melodien. Ich würde mal noch sehen, wie viele Stunden ich in diese Melodien zugehört habe. Oh, es gibt hier neue Gegner. Ja, das ist krass. Ja, das ist krass. Das ist krass. Ja, das ist krass. Aber ich muss das auch mal müdefrei sein. Jetzt. Mein Einsatz. Ja. Bin mein Sohn frei. Feuer und Eis. Das ist krass. Nicht übertreiben. Ich halte hier ja... Das ist ja nice... Das ist klar, wie immer. Junge! Jetzt gibt's Mokki-Trio! Jetzt drehen wir zum ersten Mal das Mokki-Trio! Ähm... Impulsante Unterstützung! Espar kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwerungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen in Austausch gegen ATB-Einheiten einen promulgierenden Einsatz und Fertigkeiten zu befehlen. Wenn eine Espar den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfertigkeit ein. Ja, sag mal... ...das Fixen hier... ...Heldenlied... Mit ATB und mit die Synchro-Leistung... ...zwei Einheiten auf! Cool... Mich nervt's nur, dass ich Heilen nicht auf alle machen kann im Moment. Das ist halt schade. Da ich Dings nicht habe... ...Amplifikation oder wie das heißt. Die fehlt mir. Mist, Mist, Mist. Das heißt, ich müsste jetzt alle per Hand heilen. Warte mal... Ich kann doch Magie... ...Mita... ...Mita... Ah, das vergeht natürlich schneller. Perfekt. Man sollte sich bei dieser Riesen-Open-Wirt auch genug Heilung mitnehmen. Weil, hast du keine Bank in der Nähe... ...must du... ...Sehr viel Heil. So, warte mal... ...genau... Warte, hier gibt's so viel zu erkunden. Das ist es auf jeden Fall ein Ziel. Sorry, Jungs-Sauer. Der Mädel-Sauer. Mir wird viel erkundet. Na, sieh mal einer an. LKW-Fahrer. So trifft man sich also wieder. Ha? Der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, ich doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla. Ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Heute lässt mein alter Wagen nicht leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Hm? Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ja. Ach, ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Tja, also, bei der Anlegestelle in den Senfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Kommt mich doch mal auf meiner Farm besuchen, wenn ihr Zeit habt. Ach, das ist ein Schokopubil. Aber ich war nicht darauf geachtet. Ja, wir gehen dann zum ersten hier lang. Holz, Holz und... Eifer Eifer. Ob es auch Gebiete gibt mit Monstern, die man noch nicht mal annähernd besiegen kann? ... ... Das Gebäude da oben sieht interessant aus. Ach, forschen halt. Oh, da sind ein thatcher. Er ist frei Vor der Kraft! Und Schiss! Ich bin bereit! Na gut. Verbrennend! Ausgezeichnet! Keine Komp- Und Schiss! Es ist noch nicht vorbei. Ungeheuer, genau. Ich stell dir echt die Frage, sollte man jetzt schon erkunden oder sollte man lieber erst mal eine Story folgen? Auf jeden Fall sieht das hier auch interessant aus. Weil ich glaube, mit Erkundung wird man noch sehr, sehr viel Zeit verbringen in dem Spiel. Gibt's jetzt Schatz? Ja, aber hätte gedacht, hier wird's einen Kampf geben, weil das so aussieht wie ein Kampfgebiet. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Wird auch nichts markiert, okay. Vielleicht später interessant. Aber wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, jeder der das Spiel spielt, würde erstmal ein bisschen erkunden. Wenn ich die Straße lang folge, komme ich hier und dann dann auf... Das oben würde ich mir echt gerne mal angucken. Das sieht interessant aus. Das Gebäude. Das ist jetzt natürlich ein Gebiet, wo hier was Lichtlevel 50 Gegner sind oder so. Dann sollte man hier nicht lang dauern. Also können wir uns auch nutzen, um Synthesematerial zu sammeln. Interessant. Was ist das da? Das ist ja Bus-Haltestelle. Bingen halt Schoko-Bo-Haltestellen. An den Republikzeiten errichteten Schoko-Bo-Haltestellen für Schoko-Bo-Kutschen befinden sich auch etwas in der Jahre kommende Sitzgelegenheiten. Benutze ein Kissen und setze dich für eine Weile auf eine solche Bank, um deine TP und MP vollständig zu heilen. Dafür sind die Kissen. Äh, nein. Hier ist unsere Energie. Ah gut, komm. Lol. Halb fünf. Oh, du bist schon vor mir, bis die vier und zwei Stunden um sind, ne? Guck mal, kann ich jetzt nicht auch rüber. Lohnt sich das? Ja komm. Gibt bestimmt Ressourcen. Gibt bestimmt Ressourcen. Er hat fast übersehen. Gibt's doch bestimmt irgendwo. Selten ist was Rodes. Lass ihn bald. Was ist das? Okay. Aber scheinbar gibt's hier nix. Wie viele Ressourcen? Oh, es versteckte Höhen gibt's. Wie sie sehen, sehen sie nix. Wie sie sehen, sehen sie nix. Möge. Schönener. Was ist das so schön? Wie sie sehen, was auch immer mit ihm und ihm? Dann fangen wir mal den Weg weiter. Aber scheinbar gibt es die Rüstung der Ressourcen auf dem Hauptweg. Das sieht auf der Karte größer aus, als dieses Turm. Wo ich aber nicht reinkomme. Dann würde ich eh nicht hochkommen. Gut, dass die Dinger markiert sind, ey. Warum mal unten? Aber es sieht noch nichts aus. Aber das Gebäude interessiert mich. Da ist noch ein Dinger. Da ist noch ein Dinger. Und dann ist noch ein Dinger. Da ist noch ein Dinger. Dann übernimm. Überrasch das mit dem Weg. Der Schlitterer. Ich zähl auf den Weg. Ich zähl. Ja. Das ist noch ein Dinger. Das war ein Feuerwerk. Feuerbrei. Ziemlich schwach. Bis hier unten. weiter geht's würde auf jeden Fall auch schnell reisen gehen wenn es mit Schokobo-Kutsche ist oder so weil immer laufen wäre glaube ich ein bisschen dämlich aber da hinten ist kalt sieht schon nett aus lass mich raten ich bin jetzt zu bellen und sonst hierher gelaufen verschlösslich wer hätt's gedacht ist auch bestimmt auch ne hier ist auch da komme ich jetzt doch schon hier rein ich habe mich gerade in die Tür ist zu aber wir werden hier hoch können das bringt mir hier oben was einfach mal auf gar nix na gut dann würde ich sagen machen wir uns auf wir nehmen den langen Weg einen Kilometer einen Kilometer ein 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 Und ein bisschen leide, aber so leide kann man auch nicht. Ah, scheinbar respawnt das wirklich, weil ich glaube das habe ich schon eingesammelt. Magisches Kröhrrohr. Oh, was ist das? Hilfe, halt Hilfe. Ich zieh bei Sturz. Die Allmight. Willkommen. Ja. 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 Aber für die ist es vorbei. Kann ich doch jemanden flietern? Nur Cloud. Oh es gibt wieder Mockney Medallien. Interessant. Ob die Kinder aus Midgar raus sind? Das sieht auch interessant aus. Mir fällt gerade ein, sollten wir nicht zur Chocopo fahren. Was wahrscheinlich das hier gewesen wäre? Egal. Machen wir später. Wird eh noch alles aufgeteckt von mir. Wahrscheinlich nicht heute, aber konnten auch. Halt. Fast übersehen. Ist ja im Endeffekt hier richter Marathonläufer. Aber an sich wenig Gegner unterwegs, oder? Weil jetzt kein Kissen benutzen. Ich muss mal da lang, aber ich will erstmal hier gucken. Seid mir schön. was? In reaction, los! Ja! Jaa! 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 Ninma ist auch frei! Jaa! Jaa! Jaaa! Jaa! Jaaa! Jaaa! Jaa! Brenner! Alles geben! Los! Es ist aus! Komm schon! So darf es weitergehen! Ich sieht gerade da hinten Barrett gesehen. Wahrscheinlich ganz da hinten. Wir müssen mal da weggestehen. Interessant. Ich werde mit euch, es gibt hundertprozentig auch so ultimative Gegner. Theoretisch kommt man ja nach... Wie hier heißt es? Yulon? Ist das Yulon? Ich glaube ja. Ob es auch die Weapons gibt? Weil Yulon wird ja von... ...Smaragd Weapon angegriffen, oder? Was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber Ruby Weapon war damals im Original echt übel. Was? Hier liegt irgendwie was. ...Panzer! Panzer interessant sieht aus wie eine Art Generator die Substanz hätte ruhig hier liegen können dann können wir jetzt Richtung dann muss man da hin ich schaue nochmal hier und dann gehts das doch weiter komm ich jetzt hier runter? scheint nicht so aber hier vielleicht hier scheint auch irgendwas zu sein hier scheint auch irgendwas zu sein ich kann mir auch vorstellen dass die Platin hier zu kriegen gar nicht so einfach ist weil man bestimmt auch nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen muss wie die Platin Hallo Jungs armsehlich abgezeichnet was was der Fall ist geschwächt aber nur an sich das hat geklappt das hat geklappt das hat geklappt das hat aber viele Ressourcen was haben wir hier die drehen sich sogar hier die drehen sich sogar hier eine Entdeckung gemacht zwei Schätze eine Oster das ist ganz wichtig Gold wert Was ist das hier? Mock! Ja, die Prise. Scheint nicht zu Hause zu sein. Das könnte aber auch die Schokoprofarm sein. Scheint so. So, können wir auch synthetisieren. Oh ja. Das geht nicht. Ach, du brauchst dann auch immer mehr oder was? Ach ne, rechts steht was ich hab und links steht was ich brauch. Ah, ok. Ok. Hammerhart, ey. Das könnte ich herstellen. Und das auch. Beides sogar. Na cool gemacht. Ich seh den Ohrring. So, können wir Aerith noch was geben? Oder auch nicht. Na gut. Oh Gott. Ach sieh. Gib mal ihr das. Physische Abwehr. Ja. Hm. Okay. Wo ist der Eingang? Ist das hier eine Rennstrecke oder was? Ich freu mich schon. Ich freu mich schon übel auf Goldsusor. Schokoprofarm. Ich freu mich schon übel auf Goldsusor. Schokoprofarm. Ach so, das kommt weg. Wird aber auch nicht markiert. Wird aber auch nicht markiert. Dann machen wir es doch jetzt mal. Versteckt. Oh Gott. Was ist das? Und schiss. Oh ja. Wie hier ist das noch nicht. Kein russisch. Ich hier habe noch nicht mehr gelegt. Oh ja. Kein russisch. Ein Knack im anderen. Ich seh gerade. Ich bin gleich schon angeschlagen, ne? Es ist nicht so. Irgendwann. Ist das so? Ja. Kann man schnell übersehen, das Zeug. Hier wird's neblig. Ich verliere mich. Das war's. 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 Das ist ja echt ausgewicht. Das war's. Das war's. Das war's. erst mal geschenkt. Was solltet ihr machen? Wo soll ich denn da? Alter Anlegestelle. Küste. Boah, ein bisschen lila. Wow, gut, dass ich die Prachtlinge nicht gekauft habe. Aber die ist ja noch nicht auf. Warte mal. Bei Teil 1 gab es auch dieses. Waffe Stufe 1. Das bleibt wohl bei beiden gleich. Warte mal. Das ist auf jeden Fall stärker. So. Oh, das zählt allgemein. Die Fähigkeit ist ja cool. Die ist groß. Ich habe zu wenig Substanzen. Gibt es immer was? Der ist aber dunkel. Na gut, dann wollen wir jetzt erstmal Story waren. Ich bin sicher. Eine Anlegestelle der alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert? So. Und Junon liegt also gleich. Hinter den Minen? Junon. Ja. Ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann. Badehosen raus. Aufgepasst. In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt. Oh, die Schlange. Aber auf dem Rücken eines Chokobos sind Sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chokobo. Jetzt müssen wir zur Ranch. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Sieht so aus. So, Moment. Der geht weiter. Machen wir weiter. Jetzt müssen wir natürlich zur Ranch. Da wollen wir eben schon fahren. Loll. Wenn Sie uns auch eher sagen können. Was es hier noch alles so erkunden gibt. Wahnsinn. Ist schon geil gemacht. Auf jeden Fall geht das Spiel bedeutend länger als der erste Teil. Ah ja, das Freespawnt neu. Gut zu wissen. Da habe ich noch mal rastet. Da werde ich noch mal rasten. Mal rastet. Also, da werde ich noch mal rasten. Ich kann noch mal speichern. Mal rastet. Ziemlich schwach. Der Feind ist geschwächt. Es ist aus. Keine große Sache. Das sind ja nur kleine Nagetiere. Ein paar Oger. Kann man so viel in der Luft halten. Was war das drin? Ach ja, das war verschlossen. Jetzt ist die Range offen. Was für ein Zufall. Moment, wir müssen erst looten. Erinnert ein bisschen der von Ere 15. Schnurrte wie ein Kätzchen. Kaum, dass ihr fort wart. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Schokobus. Allerdings. Wir wollen mit Ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz. Aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Die holen wir wieder. Doch, wir haben das nächstbeste. Schokobus. Denke ich mal, oder? Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen. Ratet mal, wie genau die Schokobus quasi über die Sümpfe hinweg schweben. Nun. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgards Oma nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will. Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Schokobus nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy, der kann euch mehr sagen. Ob es auch die Zucht gibt. Doch, ich glaube im Trailer sieht man sogar einen schwarzen Schokobus, oder? Das fand ich damals im Original echt schwer. Zumindest ein goldenes zu kriegen. Was das hier auch wieder gibt, die Schokobus-Sucht. Äh, ein bisschen sinnvoll. Hätte ich mir auch sparen können, das Kissen. Echt. Können wir die nicht auch automatisch machen lassen? Nö. Was ist denn mit dem hier? Okay. Machen wir mal einen Knoten für einen Knoten. Würde ich sagen. Oh. Jetzt gibt es gar 100. Was gibt es hier nur jetzt? Kissen. Stehen. Oh, auf jeden Fall. Oh, das ist teuer. Ja, komm. So. Aber ihr Leute, ich mach nochmal kurz eine kleine Pause. Also, bevor wir hier weitermachen. Wir sehen uns dann gleich nach der Pause wieder. Bis gleich. Musik 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 So, weiter geht's Da bin ich wieder Alles klar, weiter Ich soll ja mit Billy reden Hier gibt's noch was Ich soll bei Gibt's doch bestimmt auch irgendwo in die Kiste, oder? Musik Musik Auf jeden Fall gibt's Ressourcen Musik Und ne Kiste Dachte ich mir Musik Müssten wir jetzt hier eigentlich Schokobofeder Gibt's doch Kraut kriegen, ne? Musik Musik Hält die Schnelligkeit Aha Musik Na gut, die brauchen wir jetzt im Moment nicht Musik Äh, helft sie auch Musik So Musik 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 Lass mal die Leute hier beklauen Musik Musik Aber was sind bilden ja hallo wegen dem schild wir brauchen ein paar tschoko vose da habt ihr groß ist aber pech gehabt wir haben gerade keinen einzigen choco zum verleihe hier stehen noch welche rum die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Natürlich. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. In dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist es umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay. Vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Haben wir dann für immer denn das Reicht hier war? Hast du mal die Leute bedachtet? Das ist eine Waffe, oh? Stab der Ewigkeit. Also wir merken, lila Kisten sind... ...waffen drin. Was hat sie für eine Fähigkeit? Warte mal. Ah, entfernt. Okay. Interesting. Geht's nicht rein. Kisten. Oh, die Medaille. Die sind wichtig. Es gab halt Teil 1 gute Gegenstände dafür. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Oh. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann, kennt ihr Chocobo Sam? Ja. Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walbe... Versuchst du, ihn zu finden? Hm, vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Haltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Okay. Unsere Lippen sind versiegelt. Ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Goldfedern. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Chloe verkauft in ihrem Laden auf der Chocobo-Farm Accessoire für die gelben Reitvögel. Die Accessoires kannst du mit Goldfedern erwerben. Diese Federn erhältst du zum Beispiel, wenn die Chocobo-Haltestellen wieder instand setzt. Ah, tauschen. Okay. Nett. Oh, ich hätte Ressourcen kaufen. Kurz zu wissen. Die Sterne unten zeigen, glaube ich, die Seltenheit an. Krass. Oh, schon sehr selten hier. Zwei, vier, sechs, sieben Sterne. Oh, stimmt. Ich habe die Sustanz auch nicht reingemacht. Er kriegt einen Stählen. Eigentlich ist es der Tiefers Aufgabe. Zumindest bei mir schon immer so gewesen. Gold? Äh, ja. Wo ist denn der? What? Okay. Wo finden wir jetzt Pico? Folge den Chocobo-Spuren. Da. Wollen wir mal Pico einfangen. Da liegen Goldfedern. Kann ich nicht mitnehmen. Scheinbar nicht. Da ist er. Klasse. Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir fronten uns mit ihm an. Stimmt. Nähere dich Pico, ohne dass er oder die anderen Chocoboos dich bemerken. Falls sie argwöhnlich werden, kannst du dich per Kreis mit der Ausfallschweih schnell aus dem Staub machen. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliegende Steine aufzuheben und mit L1 bis 4 zu werfen, um die Chocoboos abzulenken. Ah. Okay. Was mit L1? Ne, R1. Interessant. Untertitelung. Was ist das? Ich hab ihn. Zwei Goldfehlern halt. Hat fünf EP halt. Hat dieselben Augen. Stimmt, er ähnelt ihm. Was ist, was will er? Ah, Schäschke. Tut mir leid. Wir haben nichts mehr. Oder? Aber daheim auf der Farm. Da gibt es Butter. Oh. Wow, ist heute einfach ab. Ich hab ihn tatsächlich zurückzuwollen. Ihn nach. Die Mucke. Was ist mit den anderen? Oh. Das war's. Da ist er ja! Hatest wohl Heimweh, was? Geht's dir jetzt besser? Nicht ein Kratzer. Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erstmal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen. Ich will erst auf Federn eintauchen. Vielen lieben Dank, dass ihr Pico zurückgebracht habt. Aber was nehmen wir? Kürzes. Für was ist das gut? Immer das. Wenn du die Ausrüstung deiner Schoko-Bus wechseln möchtest, kannst du das in der Schoko-Box da tun. Schoko-Box? Ach da. Ach so, okay. Ach, da ist er doch. Chetley. Suisa, genau. Nö. Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Gibt bestimmt neue. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materia synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen, ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch, zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet. Doch, dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ich sehe, was ich tun kann. Ist ja klar, Erno. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Wir hatten ja, glaube ich, schon zwei oder drei gesehen. Komm schon. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Chat-Laser. Steil vergessen. Das ist ja richtig schwer. Hm. Ich fühle mal Far Cry. Wird da jetzt auch die Karte aufgedeckt. Aktivierung bestätigt. Gut. Beginne mit der Analyse der Graslande. Ich suche das Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Okay, krass. What? Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Chat-Laser. Chat-Laser speist Informationen aus der ganzen Welt in seine Datenbank ein und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materie oder Programme für den Kampfsimulator. Hilf ihm dabei, indem du seine Mission erfüllst und den Analysefortschritt in der einzelnen Region vorantreibst. Neue Forschungsaufträge erhältst du, wenn du einen Funktorm aktivierst. Sobald du einen entdeckst, fährdest du am besten direkt hinauf. Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materie zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Indem du Informationen sammelst, lieferst du mir die notwendigen Daten, um neue Materie zu entwickeln. Mein Erfolg hängt also ganz von dir ab. Auf weiterhin produktive Zusammenarbeit. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Äh... Welche Aufgabe möchtest du besprechen? Kristallanalyse... Es gibt geheime Orte, an denen sich Fragmente planetarischen Wissens zu Kristallen verdichtet haben. Das in ihnen eingeschlossene Wissen ist vielfältig. Doch was mich am meisten interessiert, sind die Esper. Durch die Analyse der Kristallen und die Extraierung ihrer Daten ist es mir möglich, unsere Beschwörer-Materia weiter zu verstärken. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Äh... Joa... Es gibt Wesen, die durch Anpassung an ihre Umgebung so weit mutiert sind, dass sie nun eine Bedrohung darstellen. Elite-Gegner. Ich möchte, dass du sie findest, bekämpfst und dabei Daten über sie sammelst. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Das musst du nicht jedes Mal sagen. Na... Es gibt Geheimdaten, doch was mich am... Durch die Analyse unserer Beschwörung... Hast du noch mehr Fragen? Das wollte ich. Auf diese Frage habe ich gewartet, Cloud. Ich habe vorhin einige seltsame Energiewerte gemessen. Meiner Vermutung nach werden sie von Relikten aus der Vergangenheit verursacht. Um was es sich genau handelt, kann ich nicht sagen. Daher sollten wir vorsichtig sein. Ich habe mir auch einen Namen für diese Art von Relikten ausgedacht. Protosubstanz. Gut, nicht? Als Namenspate fühle ich mich den Relikten gleich noch mehr verbunden. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn du mir bei der Suche und der Analyse der Protosubstanzen helfen würdest. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Also, man sehe, der Controller hält ungefähr 5,5 Stunden. Danach ist er fast leer. An einigen Orten durchbricht der Lebensstrom die Oberfläche und bildet Lebensquellen. Die Menge an Marco, die dort fließt, ist gering. Deshalb sind diese Orte für Shinra nicht von Interesse. Aber für uns sind sie ein geschenktes Planeten. Die Untersuchung dieser Lebensquellen eröffnet uns nämlich wertvolles Wissen. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Nee. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Geh mal alles durch. Die Funktürme wurden von der Republik Junon errichtet. Das Ziel war es, das Wissen der Menschen über den Planeten zu erweitern. Die Türme sammeln Daten zu Energieströmen. Was uns Aufschluss über Orte von wissenschaftlichem Interesse gibt. Oft kann man dort seltene Reliquien oder Naturphänomene finden. Solltest du auf einen Funkturm stoßen, aktiviere ihn daher bitte. Ach so. Ungeheuer werden von den Türmen angezogen wie Motten vom Licht. Sei also vorsichtig. Hast du irgendwelche Fragen zu den... Dank einer speziellen Brille kannst du nun von überall Kämpfe im virtuellen Raum bestreiten. Ein Kampfsimulator für unterwegs. Ich habe dafür ein von Shinra eingesetztes Trainingsmodul nach meinen Vorstellungen modifiziert. Ich füttere den Simulator mit Daten aus deinen Kämpfen. So dass er immer auf dem allerneuesten Stand ist. Geplant ist außerdem noch eine Analyse regionaler Mythen. Auf diese Weise gedenke ich Esper zu simulieren. Bei einer Esper aus den Graslanden ist mir das sogar schon gelungen. Und zwar dem legendären Titan. Seine Simulation kannst du bereits ausprobieren. Fordere ihn doch mal heraus. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Noob. Total. Dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen welche. Morph. Die ist auch neu, oder? Die gab es doch im ersten Teil nicht. Glut und Frost. Ernsthaft? Die haben jetzt Feuer und Eis kombiniert? Das ist ja cool. Spart man sich eine Substanz zum Platz. Aber was nehme ich jetzt? Ich kann zwei sogar nehmen. Dann nehme ich einmal Morphen. Und Glut und Frost. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Mit dem Kampfsimulator kannst du dich zahlreich virtuell in Kämpfe stellen. Erfülle die entsprechenden Kampfaufträge für Jetly, damit dieser aus den gewonnenen Daten neue Kampfprogramme für den Simulator entwickeln kann. Spezielle Espa-Kämpfe, die dir bei deinem Sieg eine Beschwörermaterie für die entsprechende Espa bescheren, werden automatisch hinzugefügt, wenn du eine neue Region betrittst. Sprich Jetly, wenn du ihn triffst, um Zugriff auf Kampfsimulation zu erhalten. Ei, ei, ei. Espa-Titan. Habe ich schon eine Chance gegen den? Achso, halt. Warte mal, öffnen wir mal die Karte. Was ist das hier? Jagd. Stufe 17. Gut, dass ich da vorher überall war, gell? Es wäre, glaube ich, doch sinnvoller gewesen, als ich die Story-Wahl zu machen, statt da überall hinzurennen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aha. Ja, das war der andere Funkturm hier. Cloud, ich konnte Titan, den mythischen Koloss der Graslande, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermaterie erzeugen können. Der wird bestimmt schwer sein. Aber warte mal. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Ja. Ich will auch die Dings-Eilen rausrüsten. Dann brauche ich doch jetzt im Prinzip Glut nicht. Machen wir das rein. Morphen. Können wir ja auch erstmal reinmachen. Das geht sogar schon, Max. Aber mehr habe ich nicht. Doch, Blut. Aber das kann ja tiefer nehmen. So. Habe ich schon eine Chance gegen Titan? Ich habe nämlich heraus, solltest du einen entdecken, kann dein Schokobo auf Schatzsuche gehen. Möglicherweise lassen sich dabei nützliche Dinge finden. Schädeläkombat. Was? Das Auto. Alter, was gibt es denn hier alles? A-T-P-Boost. Absurdieren kannst du da eine Serie von Trainingseinheiten, um die Kampfstile und Eigenschaften der Charakter besser kennenzulernen. Stoßen neue Gefährden zur Gruppe hinzu, werden weitere Trainingseinheiten bereitgestellt. Beachte, dass einliege Trainingseinheiten möglicherweise die Verwendung für Fertigkeiten erlauben, die du dir noch nicht angeeignet hast. Aha. Okay. Gibt es auf jeden Fall interessante... Oh, Gewibber. Wir versuchen aber erst mal Titan. Stufe Auto. Schwächungsstube. Bei erfolgreichen Abschluss eines Espar-Kampfs im Kampfstimulator erhältst du die Beschwörermaterie der besiegten Espar. Falls sie sich der Schwierigkeitsgrad allzu hohe herausstellen sollte, hast du die Möglichkeit, die Espar-Kristalle jeder Region zu analysieren und die Espar im Kampfstimulator auf diese Weise zu schwächen. Okay. Wir versuchen mal volle Stärke. Okay. Dann nenne ich auch mal Barrett mit. Wir versuchen es mal. Wahrscheinlich kriegen wir auf die Schnauze, aber okay. Titan. Runde 1. Boah. Der macht ja schade. Okay. Ich glaube, da habe ich noch keine Chance gegen den. Das Ausweiten funktioniert echt gut. Dann übernimm. Ja, weiß ich. 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 So, Erlein zieht ein bisschen. Also. Zieh dich zurück. Ach, derまで. Voii. Kein Problem. Kack! Kacksterk! Wind... Wind besitze ich noch nicht. Das ist viel zu stark. Kann ich keine Gegenstände benutzen? Keine Chance. Keine Chance. Ich habe nicht aufgepasst. Ne, das wird nichts. Er ist zu stark. Viel zu stark. Es handelt sich ja nur um eine Simulation. Man kann es immer wieder versuchen. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Das ist eine gute Frage. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal... Ist jetzt die Frage... Mache ich jetzt erst das alles? Ja, oder? Ja. Wenn ich alleine spiele, würde ich auch machen. Erstmal mit den Leuten hier reden. Was nicht geht. Kann ich nicht mit euch reden? Frech. Gutes Timing. Pico ist gesattelt und gestriegelt. Hier! Bitte! Mit dieser Pfeife lassen sich Chocobos rufen. Beim Erkunden der Welt kannst du deinen Chocobo mit R1 zu dir rufen. In Städten und bestimmten anderen Gebieten funktioniert dies nicht. Also haben wir den Choc... Also Pico jetzt immer. Um in eine Region reiten zu können, musst du dort allerdings erstmal einen Chocobo fangen. Wow. Ernsthaft? Gibt es hier jemanden, der noch nie geritten ist? Ja! Ich! In dem Fall sollten wir erst auf unserer Übungsstrecke trainieren. Ich führe euch hin. Okay. Kann ich jetzt mein Dings ausrüsten? Ja! Das wollen wir. Und das andere haben wir ja noch nicht. Weiß zwar nicht, für was das gut ist. Weil ich glaube nicht, dass die Chocobo kämpfen kann. Lebensstory abgeschlossen. So, da brauchen wir nicht hin. Dann gehen wir mal zu Billy. Das ist Shedley. Wo ist Billy? Da. Hier halten wir unsere Chocobos für die Rennen topfit. Was für Rennen? Die Chocobo-Rennen, die im Goldsauce veranstaltet werden. Das hat einen Spaß. Farmen aus aller Welt nehmen daran teil. Und ihr seid auch mit dabei? Seit meine Eltern uns verlassen haben, nicht mehr. Aber das wird sich schon bald ändern. Ich habe da nämlich noch eine Rechnung mit jemandem offen. Naja, aber noch ist es nicht so weit. Zunächst müsst ihr lernen, nicht aus dem Sattel zu putzen. Also, schnappt euch einen Chocobo und meldet euch dann bei mir. Pico. So weit, so gut. Dann dreh doch gleich mal eine Runde. Dein Können im Sattel kannst du in Zeitrennen bei Galopp der Chocobo auf die Probe stellen. Passiere die Zielpfähle auf dem Farmgelände der Reihe nach und schnell wie du kannst. Galoppieren. Springen. Kannst du sprinten, aha. Mal erstmal dagegen rennen. Jawohl. Acht Stück. Das sollten wir mal, glaube ich, nochmal machen. Ja, der erste war ja doof. Ja, der erste war ja doof. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, da fällt mir ein, ihr seid doch knapp bei Kasse, oder? Ja. In Kalm könnt ihr euch sicher noch etwas hinzuverdienen. Da Shinra sich verzogen hat, kann man wieder gefahrlos hin. Sind weg. Schaut doch mal vorbei. Ach ja, könntet ihr vielleicht vorher noch mit meiner Schwester sprechen? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich, aber sie will mir nicht sagen, was es ist. Mal bestimmt wegen Sam. Seit Mama weg ist, ist sie immer so niedergeschlagen. Sie hat sie sehr geliebt. Willst du deine Dienste anbieten? Dafür ist keine Zeit. Wer reist, braucht aber Geld. Richtig. Ach komm, wer alles kann, pack doch gern mit an. Oh. Alleskönner Aufträge. Cloud kümmert sich als Alleskönner prinzipiell um jeden Auftrag, der ihm lukrativ erscheint. Öffne mit Touchpad die Karte und sieh dort unter Aufträge nach, was es gerade für dich zu tun gibt. Für Aufträge und die Hauptstory gibt es Stufenempfehlungen, die du auf der Karte unter Story und Aufträge einsehen kannst. In Gaststätten oder Dorfplätzen finden sich schwarze Bretter. Oh. Ja, okay. Das Spiel hat echt viel zu bieten. Zu freigeschalten Wegpunkten wie Ständen Schuckabuhheide stellen und aktivierten Funktürmen kannst du dich per jederzeit Schneereise teleportieren. Hab ich doch gesagt. Aber der Schnellreiz zu den Schuckabuhheide stellen in den einzelnen Regionen steht dir erst zur Verfügung, wenn du dort jeweils ein Schuckabuh rufen kannst. Gott ey. Da gibt es so viel zu tun. Berichte. Jedele. What the hell? Okay. Aufträge. Story. Ha. Das Spiel hat echt viel zu bieten. Wir gehen jetzt erst mal zu... ...Cloise, glaube ich. Mal sehen wir sie halt. Oh. Hallo Claude. Klang so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat dir das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Papiere machen. Blümchen pflücken. Aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Blumenliebhaberin kann ich deinen Kummer nur allzu gut verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen. Aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Na klar. Was meinst du, Claude? Was soll ich danach fragen? Sie sind gestorben, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Es soll wohl ein Unfall gewesen sein. Oh nein. Wir waren oft mit der ganzen Familie picknicken. Nach dem Essen hat Mama uns immer Blumengränze geflachten. Die waren so wunderschön. Mein Bruder sagt, Sam sei schuld daran, dass Mama und Papa gestorben sind. Aber er will mir nicht verraten, was genau passiert ist. Das würdet ihr für mich tun? Ja klar. Die Blumen blühen auf einem Hügel, von dem aus man Midgar sehen kann. Es ist etwas weit von hier. Aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Vielen, vielen Dank. Okay. Wird es markiert? Ach Gott. Ganz oben links. Ich glaube, wie ich die Story weitermache, werde ich sowieso alle Gamepunkte jetzt hier abklauern. Aber ich muss ja eh stärker werden. Und nach keinem kommen wir jetzt auch wieder. Dort ist er nach Jetlay. Und hier gibt es auch noch eine Nebenmission. Alles klar. Das heißt, das ist ja allererstes. Hab ich doch. Machen wir das hier erstmal. Würde ich sagen. Also wie gesagt, jetzt wird sich erstmal alles nur um Nebenaufgaben drehen. Bei mir. Äh, volle Energie habe ich, ja. 2 Kilometer weit weg. Wir wollen aber da hin. Okay. Das ist Bremsen. Jetzt müssen wir schnell rennen. Oh, schnell. Erscheint über den Kopf eine Chocobooster Symbol bedeutet das, dass ein Hase in der Nähe einen Gegenstand vergraben hat. Er hätte nach oben gedrückt, um etwas Schnüffeln zu lassen. Das ist nach oben. Okay. 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 Jetzt habe ich verstanden. Grab ich jetzt danach? Okay. 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 Ach, nach unten. Oh, man sollte auch play arts action modell sitzbar. Okay, warum nicht? Oh, Mock jetzt da ist, aber das ist sogar Mock. Eine Entdeckung gemacht. Mockri-Häuser erinnern von der Form her an große Pilze und werden von Fabelwesen namens Mockris bewohnt. Du kannst hineinschauen und einen Blick darauf werfen, wie die Mockris leben. Wie steige ich eigentlich wieder ab? Ah, R1, okay. Was zum? Ich bin jetzt gegen den Harz. Mockri-Händler. Ah, dafür passt die Mockri-Medaille. Tut mir aber leid, Kupo. Wir haben noch geschlossen, Kupo. Kupo, 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 Kupo. Meine Kinder wollen nicht zurückkommen. So kann ich den Laden nicht öffnen, Kupo. Deswegen hätte ich eine Bitte an dich, Kupo. Bitte sammle die Kinder ein und bring sie alles zusammen zurück ins Mockri-Haus, Kupo. Wenn du das tust, kann ich auch den Laden endlich wieder öffnen, Kupo. Die Mockri-Kinder veranstalten jede Menge Schabernack, weichen ihnen geschickt aus und bringen sie alle zurück zum Mockri-Haus. Du kannst sie dafür entweder verfolgen und so in Richtung Haus lenken oder sie dir direkt schnappen, nachdem sie in einen Wirbelwind geraten sind. Doch pass auf, weil die Mockri-Kinder dich dreimal erwischen sollten, ist das Spiel vorbei. Okay. Aber wie das Spiel funktioniert, erzählen wir nach einer kleinen Pause. Ich bin gleich wieder zurück für euch. Bis gleich. Christoph von HQ Christoph von HQ Money Hajime Ein vender id Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, 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 das ist nicht gut. Kein Problem. Oh klar, dass man die Medaillen braucht, ja weiß ich. Drei habe ich, oder? Achte! Oh, es gibt Robinen. Materia Oriente Peepu, bitte was? Das ist ja krass. Ich nehme das. Interessant. Gefällt mir. Es gibt insgesamt noch sechs weitere Mogri Häuser, Kubo. Ich würde mich freuen, wenn du auch dort helfen würdest, Kubo. Je mehr Läden wieder öffnen, umso mehr Waren können wir anbieten. Das können wir aber nur mit deiner Hilfe schaffen, Kubo. Und warum waren die überhaupt geschlossen? Okay. Achso, ich bin schon draußen. Loll. Nett. Sehr nett. Gefällt mir. Da unten ist nichts, also geht es jetzt hier hin. Trotzdem freue ich mich, für was die Panzerung eigentlich so richtig gut ist. Oh, mit Schokobo geht das alles viel, viel schneller, ey. Wie tief kann so ein Schokobo eigentlich springen? Komm mal gleich mal austesten. Auf, halt. Hallo. Dreh dich. Hä? Da liegt der Hase im Pfeffer. Okay. Interessant. Das scheint zu hoch zu sein. Hä? Okay. Ich habe mich doch schon mal besiegt. Was? Oh. Ja. 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 Okay. Dann lege ich dir um die Rückmeldung zu Tagen. Ja. 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 Warn. Brenn! Das war ganz schön schade. Dann haben wir Turm Nummer 2. Oh, da deckte ich noch mehr auf. Eine Jagd. Und das darunter soll wohl die Schwierigkeit bedeuten, oder was? Gehen wir jetzt runter? Nein, wir gehen erstmal runter. Wir schauen mal danach. Äh, Schokobo? Hä? Hä? Ich muss auch einsammeln. Ach, schön. Jetzt streuen die Schokobo Küken. Unterwegs werden, die immer wieder freundliche Tiere begegnen. Und folge den kleinen Helfer, die dir den Weg zeigen. Okay. Der bringt mich jetzt in der Haltestelle, wo ich schon war. Der ist ja süß. Der ist ja süß. Schnellreisepunkt, oder? Oh, eine Goldfeder. Der ist süß. Was ist denn da hinten am Rücken? Der ist schon süß. Kann man den mitnehmen? Boah, trotzdem muss ich jedes Mal ein Kissen benutzen. Schade. Ja. Okay. Okay, jetzt haben wir alles rein. Trotzdem, einmal Dreiegel nimmt alles. Warnung! Warnung! Ich habe eine außergewöhnliche Präsenz registriert. Wir sollten uns auf Schwierigkeiten vorbereiten. Ich registriere, dass eine gewisse Ratlosigkeit in der Luft liegt. Freut mich sehr, Cloud. Ich bin ein multifunktionales Analyse-Informationssystem. Die meisten Menschen nennen mich einfach Mai. Meister Chatly hat mich als auditive Analyseassistenz für all die Ungeheuer da draußen programmiert. Von jetzt an werde ich in Kämpfen mit hilfreichen Infos zur Seite stehen. Bitte nicht erschrecken. Hier in der Nähe befindet sich ein außergewöhnliches Ungeheuer. Cloud, der Abschluss dieser Kampfmission würde einen aufschlussreichen Gewinn biologischer Daten mit sich bringen. Natürlich kannst du auf meine Hilfe zählen. Zusammen werden wir die Choco-Busch und Schaukeln. Okay. Bei Kämpfen handelt es sich um die Habitate seltener Ungeheuer. Da ist das Bild oben, da war ich schon. Ähm. Wo war ich jetzt? Hilft Chatly dabei, mehr über ungewöhnliche Spezies herauszufinden, indem du sie bekämpfst und bestimmte Siegesvoraussetzungen erfüllst. Durch die Analyse der Daten kann Chatly anschließend neue Missionen in der Kampfsimulation speisen. Nach Kampfbeginn ist keine Flucht mehr möglich. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Das macht ein Gegner Schockanfälle, Schocker ein Gegner erledigt. Seltene Elferdunk-Spezies identifiziert. Wofür Danken verzeichnen es auf? Wegen seines duldsamen Charakters wurde der Elferdunk von den Menschen domestiziert und in der Landwirtschaft oder im Transportwesen eingesetzt. Manchmal muss der sogar als Kriegselferdunk herhalten. Die ungewöhnlich gefärbte Haut und die Stoßzene einiger seltener Exemplare waren ein beliebtes Material für das Kunsthandwerk. Da die Elferdunk-Haltung aber sehr zeitraubend und zudem füllselig ist, wurde er nach und nach durch den Schokowung verbrennt. Heutzutage trifft man nur noch vereinzelt auf wildlebende Elferdunks in den Grassland. Einige Exemplare sollen wohl sehr aggressiv sein. Damit diese nicht zu einer Gefahr für die Menschen werden, benötigen wir mehr Daten für weitere Untersuchungen. Okay. Hab ich das ja gesagt, okay. 4-3 habe ich ja nicht. Okay. das finde ich so doof das ausweichen bringt in dem spiel eigentlich absolut gar nichts noch schaden so tiefer schaden noch mal ja nicht aufnehmen so eine schande aber wie viel leben haben die denn ja genau brennen ich bin noch zu schwach ich bin noch zu schwach das reicht das reicht nicht das ja 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 12 Sekunden wird das nix. 10 Sekunden wird das nix. Ich kann nicht mehr. Deswegen will ich es umgehen. Dings benutzen. Das Eis Alpha. Der Schaden. Ich kann sogar Ero. Frech. Ach echt? Okay. Die waren stark. Die waren nicht stark. Stufe 18. Aber muss ich dann nochmal neu machen? Um das letzte zu holen? Okay. Da sieht man sogar, dass es vier Nebenaufträge hier gibt. Okay. Dann machen wir jetzt das hier. Esparkunde. Das ist dieser Kristall. Laufen. Okay. Dann können wir auch gleich nochmal ein Kissen benutzen. Aber die waren heftig. Die sollte man nicht unterschätzen. Okay. 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 Dann machen wir da hin. 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 Dann machen wir das hin. Okay. Okay. Also war es doch nicht sinnlos hier. Das ist wirklich eine Höhle. Hammerhart. Ich habe das von oben überhaupt nicht gesehen. Boah. Oh. 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 Echttasten du drücken musst? What? Euer Ernst? Man sollte sich gar nicht den Ort merken, wo es angezeigt wird. Okay. 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 Dass man sich das merken muss, sogar wo der Ort war, ist hart. Gut, da haben wir das. Dann kommen wir zu dem hier, weil das ist rot. Das scheint sehr schwer zu sein. Okay. 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 Wachtraum, aber Küste. Die Stimme kenne ich. Das ist doch Dings. Was ist eigentlich ein Vermögen? Bist du dumm oder was? Etwas, das alle mögen. Also ein Schatz. Das sind wirklich die Idioten. Das sind wirklich die Idioten. Da kommt aber auch alles aus Lücker raus. Was macht ihr denn hier? Hm. 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 Das ist doch... Ja. Die Gürtense von Neo. Du kennst uns ja eigentlich. Ich bin schon mal in Verstand. Wow. Volle Konzentration. Schuss wird so nichts. Lass mal analysieren. Butch, Bot, Bert. Ich nehme mal ein Pferd. Feuer. Aua. Brauchst du schon. Heftig. Heftig. Hat FIFA den jetzt erlegt, während ich ... ähhhh ... FIFA ... übernimm du ... Ich vergesse immer, dass ich gar keinen ... aber kann die nicht eigentlich ... Gebet war das, aah ... Kannst auch blocken, Aerith ... Wird grad nicht geblockt ... Überlass das ruhig mir ... Wechsel ... Wir trotzdem gern auch den anderen analysieren ... Warum merkt man ihn ... Es ist aus ... Ich hab vergessen die Fähigkeit ... Die Protosubstanz scheint sich zu bewegen ... Er bitte einen Statusbericht ... Sie ist in Besitz von Dieben ... Verstehe ... Geht's dir gut ... Das ist wieder Kampf ... Aber das scheint einfacher zu sein ... Wir sollten dann auch unbedingt mal ... Heilen ... Ja ... Definitiv ... Ich werde auch die Stange nehmen gehen ... Jetzt oder nie ... Auf Zubeck ... Warte ... He 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 ... Statt Skizzen von innen aufmachen. Was war das denn jetzt? Da war ja nicht noch irgendwo so eine Bank. Dann machen wir es so. 6 MP finde ich ganz schön viel. Sollte man mitnehmen. Da ist noch ein Küken. Jetzt war ich das jetzt MP verbraucht haben. Wobei die Heinz hier auch nicht. Wo willst du hin? Auch hier. Jetzt hat er hier irgendwo in der Nähe. Muss eins sein. Da muss man schon ein Kissen benutzen. Tollig Fehler. So. Aber ja, wir nutzen das. Aber das ganze System ist an sich eigentlich gleich geblieben. So zu Teil 1. Jetzt. Irgendwie mache ich viel zu wenig Schaden. Was war hier eigentlich noch? Aber man kann von dem Schwert diese Fähigkeiten gar nicht einsehen, was neu dazu kommt. Da. Nicht wirklich. Warte mal. Wir müssen doch nochmal alles grundlagen. Im Kampfnähe. Ja. 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 Ähm. Jetzt. Ja. 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 Mee. Aber du kannst nicht gucken, wie bei Teil 1, was es noch alles gibt. Okay. Du kannst dann halt nur auswählen, was du von denen... Da fand ich beim ersten Teil das System auch schöner. Weil es gab viel mehr Bonus. Es sei denn, du kannst dir noch mehr Bonus irgendwann auswählen. Beim Moment kannst du ja nur eins wählen. Aber ich vermute mal, da werden noch mehr dazu kommen. Später. Weil sonst wäre es ein bisschen blöd. Aber okay. So, wir wollten nochmal speichern. Wir haben schon 6,5 Stunden geschafft. Wahnsinn. Das war Schokobu. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ey. Oh ne, nicht die Fiecher. Die weg. What? Okay, ich komme mit. Hey, fliegt man nicht so schnell. Quelle. Sieh nur, Cloud. Du bist auf eine Lebensquelle gestoßen. Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. An Lebensquellen kannst du Analysen zum unterirdischen Verlauf Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise erlangst du Wissen über die umliegenden Orte. Wenn du dem Ruf einer Quellen-Eule folgst, wird sie dich bestimmt zu einer Lebensquelle führen. Das ist doch eine Lebensquelle. 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 Okay, das war jetzt nicht schwer zu kapieren. Du kannst diese Regionsberichte über Touchpad-Weltberichte einsehen. Geh ins Menü und erweitere dein Wissen über die Geschichte und die geografischen Eigenheiten der verschiedenen Regionen. So wie ein Handy. Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Quellen des Lebensstroms, so wie diese, existieren an vielen Orten. Die Menge an Marco, die dort fließt, ist gering. Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihnen. Ja, das ist halt so typisches Open-Welt-Ding, gell? Man hat sehr viel zu tun. Aber ganz ehrlich, mich stört das nicht. Auch wenn ich bei Assassin's Creed das mittlerweile echt übertrieben finde. Gerade was Valhalla angeht und Odyssey. Meine Fresse. Okay. Hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich wollte da hin. Da wäre die Hauptstory. Ja, das wollen wir auch noch machen. Da ist ja auch noch ein Turm. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu meinem Punkt. Achso, ich wollte nochmal Synthese gucken. Wir haben ja einiges wieder eingesammelt. Talisman. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich will alles einmal herstellen. Was? Oh, äther. Supertrank. Ich habe keine Gnaden des Planeten mehr. Verdammt. Ether habe ich die Materialien noch gar nicht. Superspray. Aber hier muss ich auch noch herstellen. Ich will hier das auch noch herstellen. Auf jeden Fall mindestens einmal herstellen. Supertrank. Okay. Jetzt gehen wir wieder runter. Ah, wieder der Kampfbericht. Wieso muss ich eigentlich klettern und die dürfen runterspringen? Oh ne, die klettern auch immer. Okay. Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Lass dich nicht vergift. Wir sind sehr gut identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Bioratten schützen sich vor potenziellen Feigen. Indem sie einen übel riechenden Geruch absondern. So konnten sie sich stark vermehren. Einige seltene Exemplare greifen in Gruppen an. Und geben aus ihren Drüsen zudem ein hochgiftiges Sekret ab. Damit können sie sogar große Gegner wie Elferdunks bezwingen. Da Bioratten mit ihren kleinen Körpern überall hin gelangen können, steigt der Schaden den sie verursachen von Jahr zu Jahr. Um dieser Plage Herr werden zu können, müssen wir noch mehr Informationen über sie sammeln. Gift. Ich hasse Gift. Was? Hier und da. Was ist das? Ungewöhn, wie er in der Luft treten kann. Das ist nur noch nicht. Oh, du bist ja gut. No, du bist ja genau. Was? Das ist ja gut. two, du bist ja gut. Ich habe die Schaden der nicht. Was ist ja gut. Ja, so geht es da nicht. Der Kampf war so spannend, dass ich gar nicht wegsehen konnte. Nicht vergessen, die Mission ist doch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe ihn jetzt natürlich nicht schockfällig gemacht. Aber okay. Das war eine überragende Leistung, muss ich sagen. Völlig grandios. Ich habe die Kampfdaten soeben ausgewertet. Mit ihrer Hilfe konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Ich habe auch mitgeholfen. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Wenn ich dich treffe. Kampf wiederholen. Seltene Bio-Ratten-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Bio-Ratten-Spezies veröffentlicht. Die Verküpfung des Geruchabschlopfer. So kommen. Jetzt haben wir alles. Bio-Ratten-Spezies abgeschlossen. Kann es sein, dass der Kampf etwas zu leicht war? Ja. Aber was hat es mir jetzt gebracht, dass ich jetzt alles gemacht habe? Ach, die Gruppe kriegt da noch ein Mal EP oder was? Oder kriegen die jedes Mal EP? Dann können wir ja entscheiden. Wahrscheinlich nicht. So. Proben haben wir jetzt erstmal alles. Das ist die Frage. Gehe ich erstmal hierhin? Würde ich sagen. Das heißt, wir machen eine Schnellreise hierhin. Laufen. Warum soll ich laufen? Äh. Geiler. Hier ist ja noch ein Turm. Lästig. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. hier das haben muss dann in jedem gebiet irgendwie immer noch die schule fangen oder was ja ja und jetzt Der Barret. Aber warum kann man den Turm eigentlich hoch, wenn da oben eh nix ist? Aus welcher Kiste die ich zerschneiden kann. Oh, sag ich doch. Mochi Medaillen, wichtig. Also immer hochgehen. Hier hat man einiges zu tun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Sachen noch. Zumindest in den Gras landen. Ich weiß ja nicht, was das Spiel noch an Open World Gebiete zu bieten hat. Komme ich hier rüber? Ich würde das jetzt machen. Da ist auch noch ein Tor. Und da auch noch. Und da auch noch. Ja, also Story. Ja. Geht erstmal ne Weile nicht weiter. Denn hier wird alles gemacht. Ah, ich würde gerade fragen, wann man wieder ein Dings kommt. Das war ja nicht weit weg. Das ist auch doof. Da wird ein Vogelzeck in den Weg. Aber auf der Karte wird es doch eh markiert. Tänzspanke. Ja. Ach das geht noch. Neu. Ach das geht noch. Neu. Ach das geht noch. Neu. 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 interessieren der letzte ist schon cloud ich habe mir den lebensstrom einmal genauer angesehen dabei konnte ich den fundort eines synthese chips aus republikzeiten lokalisieren vielleicht kannst du dort eine neue anleitung finden du solltest das unbedingt untersuchen verlassen der siedlung das wird jetzt auch glaube ich mein nächster punkt werden schon mal erwähnen dass man viel zu tun hat wohl gerade falsch die sich für den nebenkürzt also bau schnell unterwegs Hallo. Hälfte einfach dran vorbei. Steuerungstechnik ist aber auch nicht so ganz geil. Dann kann ich doch jetzt Dings herstellen, oder? Hier, Kraftreif. Ne. Hä? Wollte mir vorhin Segen gefehlt? Ach Gnade war das nicht Segen. Okay, aber den habe ich auch noch nicht hergestellt. Gnade brauche ich unbedingt. Aber wenn ich das jetzt herstelle, kriege ich nicht nochmal Erfahrungspunkte, oder? Ne. Gibt es nur einmal. Okay. Gut zu wissen. Hallo? Mal vom Baum rennen. Wiesentital. Das hat man jetzt aber gut schlecht gesehen. Verlassene Siedlung. Klau. Hier in der Nähe ist anscheinend ein Synthese-Chip vergraben. Ein Chocobo sollte in der Lage sein, ihn zu riechen. Ist die richtige Stelle erst gefunden, kann er ihn in Blumen mit dem Schnabel ausbuddeln. Alles richtig. Ich wünsche viel Erfolg bei der Suche. Wie oft denn noch? Ich wünsche viel Erfolg bei der Suche. Wie oft denn noch? Die warten ja hier oben schon auf mich. Da ist er. Küssen. Es gibt drei Sachen zu synthetisieren hier. What? Nein, ich will die Karte öffnen. Ich will die Karte öffnen. Wer hier? Windmühlen-Bauteil. Für die Frau oben. Die Republik hat ihn beim Bau von Windmühlen eingesetzt. Solche Chips sind heutzutage nur schwer zu bekommen. Sicherlich ist schon jemand auf der Suche danach. Ja, ich weiß auch schon wo. Das ist die Frau, die hier oben gesagt hat, sie würde gerne die Windmühlen wieder im Betrieb nehmen. Aber hier ist noch eins. Die Frage ist wo. Wie funny sieht das bitte aus? Habt ihr das gesehen, wie die Red 13 da drauf sitzt? In der Höhe. Ja, in dem Spiel steckt sehr viel Liebe drin. Boah, ich stehe schon genau davor. Krupferarmei. Das war's. Fühlt sich gut an, diese ganze Belohnung finde ich. Halt. So was können wir jetzt hier alles sensibilisieren? Ein Kissen. Was ist das für ein Symbol? Ob eigentlich das so äh... Achso, das musste er herstellen und wahrscheinlich ihr geben. Quer zur Gottelkrölle. Aha. Verstehe ja. Kupferarmreif Plus. Alles cool gemacht. Definitiv. Majoran und Salbei. Was ab den zweiten? Aha. Kissen kann man nie genug haben. Man kann auch ne Wunschliste machen. Gefällt mir das Sintilisieren. Finde ich gut. So, wir sind jetzt hier. Dann machen wir jetzt den Turm gleich noch. Ich finde nur schade, dass die Türme die Karte nicht noch mit aufdecken. Das hätten sie auch noch machen können. So. Hier lang. Stopp. So. 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 It's so witzig. auf dem Schokobo aus. Er ist so herrlich. Da ist er doch. Ich hätte zum Fuß gehen können. Das war's dann. Das ist noch nicht vorbei. Drei Medaillen schlafen. Erstmal die Mocke Medaillen holen. Nicht vergessen. Das schaut doch sogar hier oben. Das ist noch eine Mocke Medaille. Ich hätte auch runterspringen können. Oh, die Hälfte haben wir bei. Ich hab jeder, der das Spiel spielt, macht erstmal die ganze Scheiße, oder? Macht das nicht am Anfang gleich. Weil eigentlich dünn sind das noch nicht zu machen, oder? Sofern man überall hinkommt. Weil ich nicht weiß, ob ich da jetzt hinkomme. Ja, irgendwie zwei Dinge. Einen Kampfeinsatz muss ich auch nochmal machen. Weil ich die Zeit nicht geschafft habe. Komme ich jetzt irgendwie da rüber? Und was? Ich brauche Gnade des Planeten. Was? Ab hier ist Vorsicht geboten. Seltene Mandragora Spezies identifiziert. Oh, für Danten verzeichnet's auf. Dieses sich windende Gewächs ist nicht nur irgendeinem Zwiebel. Oh, ich bin schon klar. Pflanzer. Die Wurzeln der Mandragora sind eine Art Beinersatz. Damit kann sie sich auf die Suche nach ihrem geliebten sonnigen Plätzen begeben. Ach übrigens. Schokobus sind ganz wild auf die Samen der Mandragora. Nö. Das ist die Wurzeln der Mandragora. Ja. Ich bin schon komplett auf die Schokobus. Nur kein Übelang! Voll! Das tut ja schon bald los auf mich! Ja! Und Schiss! Bringen wir's hinter uns! Brenner ist ziemlich schwach! Ich habe nichts, Wasser und Verwalt! Genau so! Das! Feuerwerk! Ich darf nur eine Übelung auf den Ring! Bist du das? Die war nicht easy! Die Situation wurde vollkommen abgeschlossen! Achtung zu erwarten! Fabelhafte Leistung! Ah, da gibt's 10, wenn du's komplett abschaffst! Ansonsten gibt's nur 5! Und dann geht's hier gleich zur nächsten Quelle! Denk ich mal hier oben! Und jetzt muss man bei jeder Quelle hochklettern! Und jetzt muss man bei jeder Quelle hochklettern! Nur wegen dem Rohstoff! Okay! Haben wir immer ins Markt bekommen! Ist safe! Damit die nicht einfach runter springen können! Damit die nicht einfach runter springen können! Ich bin schon wieder bei 3 Stunden der YouTube-Folge! Ich bin schon gehammert! Da ist er! Hätten sich aber auch sparen können! Oh, hier ist viel Gold dabei! Also seltene Material! Was soll passiert, wenn man's verkackt? Okay! Ich wollte aber eigentlich die Karte öffnen! So! Da haben wir jetzt hier oben rechts eigentlich alles abgeschlossen! Bis auf das muss ich nochmal machen! Weil ich ja die Zeit nicht geschafft habe! Und dann können wir jetzt... Dann müssen wir wieder gegen Gegner kämpfen! Bei Stufe 18! Ich bin ja schon 19, dann machen wir das! Wenn ich da irgendwie hinkomme! Das ist doch noch was! Hier ist doch noch was! Komm ich hier rum? Ach komm schon! Wir haben Pico gefangen! Aber wo haben die anderen Leute die erste her? Die Straße hat auch schon mal bessere Tage gesehen! Die wurde damals von der Republiege errichtet! Und es sei denn... Cloud! Die Protosubstanz ist ganz in der Nähe! Die Diebe scheinen sich ein Lager errichtet zu haben! Zumindest kochen sie gerade etwas! Wenn ihr euch frontal nähert, laufen sie sicher wieder weg! Nutzt die Container als Deckung! Mhm! Oh, Cloud! Ernsthaft? Ja, das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause! Ich bin gleich wieder da! Bis gleich! Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gnade des Planeten wird es wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet geben, wa? Eine richtige Straße. Oh, da ist der Turm. Schwer. Rubin. Sehr selten. Was gibt's für Gnade? Der Gegner? Oh Gott. Schade, wenn noch 3 sein können. Was wird hier aufgedeckt? Da war ich beierst. Ja, fast war ich da. Ja, wenn wir jetzt einmal hier sind, dann haben wir die Nebenmission. Das muss der Straße folgen, oder? Ne, unten drunter. Unten drunter müsste der Weg sein. Okay. 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 Jetzt lass das Ding schon endlich rüber wachsen. Ha, 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 ha. Du, Boss, jetzt ist es nicht, dass ich in der Kleppe. Ha, 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 ha. Immer bitte Ruhe. Ich hab nämlich einen genialen Plan. Ich nenn ihn Operation Verwirrspiel. Ein Dank, in der hier. Dazu gehört den breakdown. Ah, ha, 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 ha. Ja, ich hab mehrgas. Und hier drin sprült. Re, ha. Da, da, da. Ich hab mich ja auch hier. Wie man auch hier drinnen. Er hat mich noch in der dritten Trinste. Aber hier ist auch so, wie bei mir das kleint. Meinst du ist hier mal real? Wenn du siehst, dann siehst du her. Super, aber... Ist doch klar, Mann! Wir drehen, dass das Zeug fällt! Wir drehen, dass das Zeug fällt! Wir haben einen Pissback! Wir haben einen Pissback! Wir haben einen Pissback! Ich halte ihn noch nicht! Boah, schnell tot jetzt! Mit deinem Jokobo will das sicher ein Kinderspiel! Hm... Mein Kabel hat sich hier nur verhattert... Böses Kabel... Ich habe mir auch gefreut, dass der noch so... Suche nach etwas, an dem der Jokobo die Witterung aufnehmen kann! und dann kann ich noch mehr davon finden! Ok... Ich habe hier eine Bedeutung! Und es geht auch wieder los! Ich habe hier ein paar Ziele gefunden! Und dann kann ich noch ein bisschen dazwischen können! Boah... und dann kann ich auch noch viel weiter gehen! Schauen wir mal den Schlüssel. Ihr scheint den Schlüssel gefunden zu haben. Die Banditen sind übrigens in ihren Unterschlupf geflohen. Hoffentlich könnt ihr euch die Protosubstanz diesmal sichern. Wahrscheinlich nicht. Das habe ich noch gar nicht. Ich kann mich sehen. Traurig? Nee. Machen wir mal die Blumen für das Mädchen. 800. Der nächste Schatz. Aerith ist im Weg. Super Trunk. Oh nein, die Stelle. Da ist wahr. Immer her mit den goldenen Fledern. Ich brauche aber klar noch Schukupu. Oh nein. das seite sonst kannst du auch verkaufen die ressourcen Ja, das war ja bei mir schon, weil ich den ganzen Arsch voll da haben. Aber wir sind die Monster. Ja, da sind sie doch. Das waren aber viele. Das war aber ziemlich schwach. Der Schnellreis ist halt nicht möglich. Ich will gar nicht schnell reisen. Da fällt die Wahl ja richtig schwer. Äh, mach du mal. Ach, Cloud, jetzt sei doch nicht immer so. Keine Angst, ich helfe dir. Denk einfach daran, wie wir Blumen für den Helmchenhof ausgesucht haben. Rot und Gelb. Welch leidenschaftliche Farbe. Wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist, Cloud. Bisschen grün ist aber auch dabei. Aber drüben. Es soll ein Kranz werden, also ein paar mehr werden wir noch brauchen. Borstenhirse. Ich dachte mir schon, dass du dir die... Ist ja klar, aber auch grün dabei ist. Warum sind in dem Kopf schon gelbe und lila eine Blüten drin? Oder blaue. Du machst das toll, Cloud. Weiter so... Wie hübsch. Und so zart. Perfekt für einen Blumenkranz. Schön, das dürfte genügen. Bringen wir sie zu Chloe. Können wir ja schnell in die Schnellreise machen. Um das mal schnell abzugeben. Bild zwar. Aber ihre Mission ist noch nicht beendet. Tatsache. Das hier kommt immer alles wieder. Interessant. Gern geschehen. Ob meine Blumenkränze auch so hübsch wie die von Mama werden? Ich helfe dir. Ich habe nämlich viel Erfahrung als Floristin. Das bekommen wir schon hin. Du wirst sehen. Wirklich? Natürlich. Gemeinsam schaffen wir das. Nicht wahr, Cloud? Klar. Fertig. Nun ja. Die Zusammenstellung des Kranzes ist... originell. Aber es hat Spaß gemacht, ihn anzufertigen. Mir gefällt er so sehr. Danke vielmals. Nando? Gibt es ein Problem? Billy! Hier. Für dich. Hast du den gemacht, Chloe? Ja. Vielen Dank. Was meint ihr? Perfekt. Nicht wahr? Ja. Perfekt. Alles können wir reloaden. Als nächstes mache ich einen Kranz für Opa. Da wird er sich freuen. Hä? Da bin ich auf kaufen gegangen, doll. Wie viele habe ich in sechs? Oder dann? Aber da wird, glaube ich, noch mehr hinzukommen. Aber was das genau bringt, weiß auch keiner, oder? Umfärben? Achso, die Rüstung. Okay, mit Jadley rede ich mal noch nicht. Sieht aus auf der Karte. So, dann machen wir jetzt den Turm. Und reißen schnell hier hin. Äh, da. Aber das sehen wir ja schon. Jetzt hat er Knölde. Die Viecher. Halt's auf. Oh, der war gerade echt. Ja, ausgezeichnet. Ja. Ja. Bring mir Fitter um. Stiemlich schwach. Die sind mit denen ab. Ich muss das beenden. Okay. Ich muss das beenden. Ich muss das beenden. Das ist so mies. Also echt mal. Ich muss das beenden. Ich muss das beenden. Ich muss das beenden. Und ich darf mir helfen, die Windmühle zu bauen. Halten kann man halt. Und der nächste Storm. Okay. Hier wird auch noch irgendwo ein Turm sein dann. Wir machen jetzt die nächste hier. Jetzt schon, du bist doch übelst weit weg. Hey, später. Machen wir erst die Jagd. Bevor wir zu der Lebensquelle gehen. Was haben wir hier? Schon geil, Gegner erledigt alle Gegner innerhalb der Zeitlimits. Wo sind sie denn? Die Haare sind elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco aus den Pipelines austritt. Deswegen stehen ihnen die Haare so zu Berge. Dass sie ständig unter Strom stehen, merkt man daran, dass sie schneller als ihre Artgenossen und stets bootgeladen sind. Haben sie einmal Beute erschwehen, stürzen sie sich wieder Blitz auf sie und zerfetzen sie in der Luft. Wenn wir noch mehr Informationen über seltene Individuen in Teilräume sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch bei Blitz schnell besiegen. Also geschwind auf zur Datenjagd, bevor wir noch zur Worte werden. Das wird Blitz. Nichts wirksam gegen sie. Au. Blitz ist echt scheiße. Zieh dich zurück. Es geht los hier. Nennt das hier. Nicht nur los. Viel Erfolg. Hier müsste gehen. Zieh dich! Meine Schockanfällig. Habe ich gar nicht drauf geachtet, auf die. Aber wie soll ich die Schockanfällig machen? Die haben jetzt keine Schwäche. Aber wie mache ich die Schockanfällig? Muss ich später nochmal machen. Was haben wir hier? Essparkunde. Gut. Dann. Da sollten wir diese Rohrre hin. Da oben. Da komme ich schon hier aber nicht hin. Da sind wir schon fast genau drauf. Das ist ein Maragd. Wollte schon sagen, wo sind denn die Steine? Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landspräche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Das ist gut möglich. Jetzt muss ich mich wieder das merken. Das wird auch nichts. Mein Gott. Ist das denn gut. Irgendwie. Moment. Bin gleich wieder da. Das ist gut. So, let's get started. So, du bist am Zielort angekommen, Kristall analysieren. So, let's get started. Was für grob ein Max-Level ist? Dank deines Einsatzes konnte ich alle notwendigen Informationen zu Espa aus dem Kristall ziehen. Jetzt können wir zu der Quelle gehen. Was ist mit der Bitraden los? Moment mal kurz. Wieso übertrage ich auf einmal so hoch? Im Stream habe ich keinen Verlust, oder? Nein. Naja, noch ist hervorragend. Twitch wird sich schon melden. Wenn was ist. Also, aber nicht von der... Könntest du das mal einsammeln? Nein. Mein Gott. Bis es gewartet hat. Die Öle braucht es gar nicht, wenn es auf der Karte eh angezeigt wird. Also, naja. Jetzt gibt es wieder was draußen. Oder auch nicht. Wenn es keine Steine sind. Oha, Rubin. Smaragd. Alles. Oh, wenn kein Smaragd dabei war. Das finde ich ist das einfachste. Das ist doch so sehr. Cool vorwärts und komm bis jetzt. Cloud, ich habe mir die Lebensquelle noch einmal genau angeschaut. Stell dir vor, in der Nähe hat sich ein Ketzalkornel niedergelassen. Eine einmalige Gelegenheit, mehr über diesen seltenen Vogel aus den Graslanden herauszufinden. Den brauche ich. Bitte untersuch das. Aber Kerze-Gottel ist eigentlich bei Final Fantasy VIII eine Bestie gewesen. Geflügelter Drache aus uralter Zeit. Stufe 22. Ich bin gerade mal 20. Wir machen erst mal das. Das ist zwei Level höher, hässlich. Ich kriege den Staub wieder nur auf die Backen. Aber angucken können wir uns den ja mal. Kampfplätze geheime Gegner. Bei Kampfplätzen geheime Gegner haltet es sich um Habitate seltener ungeheuer, die erst durch Analyse mehrerer Lebensquellen entdeckt werden können. Jetlag stuft diese Bestien als besonders stark ein. Halte drei Gründe, um deinen Gegner aus der Reserve zu loggen. Da bereite dich gut vor, denn nach Kampfbeginn ist keine Flucht mehr möglich. Ah, okay. Cloud, wir sind im Habitat des Kettzeigordelns angekommen. Mach dich bereit und versuche ihn herbeizulocken. Dafür bin ich wahrscheinlich noch viel zu schwach. Wir machen erst mal das andere. Werkstatt für die Makko-Leitung. Hier wird es auch noch irgendwas geben. Aber wohin nicht jetzt. Ich muss runter, oder was? Was? Nein. Das ist aber jetzt blöd. Die sind schon in tollwut. Ich sehe gerade, wir haben auch gleich die zweite Folge der YouTube-Kategorie erreicht. Ja, komm, den Kampf riech mal noch rein. Oh. Hallo. Hab dich mal nicht so klar. Das ist auch keiner, der nie ist. Ich bin mal so frei. Oh, kein MP mehr. Ach, darunter sind die Striche auch da? Ja, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Können wir schwören. Komm. Alles abgeschlossen. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Quelle. Und dann müssen wir hier unten. Aber hier fehlt noch ein Tor, oder? Hm. Ich bin der Meinung, hier fehlt noch ein Turm. Okay. Dann machen wir jetzt noch die. Und dann, falls das alle sein sollen, geht es hier auch in die Stadt für die Nebenmissionen. So ist mein Plan. Also, der geht jetzt nicht. Machen wir da, genau. Ja, ich komm schon. Ja. Ja. Das war jetzt von beiden aus wie das Kristallmonster von Dark Souls 3. Geil. Echt. Die Ressourcen hier mal. Schon cool. Ja. Das ist echt einfach. Sechs Sachen fehlen noch. Das müssen wirklich alle sein. Oder? Sind das Sechse? Eins, zwei, drei, vier. Und oben sind fünf. Weiß ich, ob die jetzt mit dazu zählen, aber dann wird es sieben sein, weil unten ja auch noch eins nicht abgeschlossen ist. Eins fehlt anscheinend noch. Könnte noch so ein legendäres Vieh sein. Aber nun gut. Für YouTube war es jetzt mit Part 2 und gleich geht Part 3 los auf YouTube. Auf Twitch geht es natürlich weiter. Ein Stück. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei YouTube in der nächsten Folge auch wieder einscheidet. Und ja, acht Stunden haben wir geschafft von 24 Stunden. Seid dabei. Wenn es heißt, Part 3, 4, 5 und 6. Bis dahin. Macht's gut auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.